Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Schweizer Stefan Dörflinger fuhr einem sicheren Sieg entgegen. An zweiter Stelle der Schorndorfer Gerhard Weibel, gefolgt von dem Engländer Jan McConaugy auf einer Krause. Auf Platz 5 Stefan Prein, ein neues Talent aus Wuppertal. Nach elf Runden, also 74 Kilometern, lautete die Zieldurchfahrt Stefan Dörflinger, Gerhard Weibel und auf Platz 3 Gerd Kafka aus Österreich. Freude bei der Siegerehrung. Dörflinger übernahm mit 27 Punkten die Führung in der WM-Wertung. Mike Krauser und sein Team waren natürlich happy. 26. Mai in Mugello. Herbert Rittberger wartet am Start auf Stefan Dörflinger. Die Spanier Martinez und Herreros mit ihren schnellen Derbys waren für das Krauser-Team die größte Konkurrenz. So entbrannte nach dem Start auch ein harter Kampf zwischen Dörflinger und Martinez. Nach einigen Runden hatte Dörflinge aber Maschinenprobleme. So entdeckt. Nummer 2. Siegthrough ein Kännis. Sieg nachholen Sieg. Sieg nachholen Sieg.